Moin noch. Das ist Pikachu im... Ich bin's. Yo, Daviding, Daviding. Oh Gott, wie ich das ausgesprochen habe, okay, sorry. Gerne gelb noch, gelb. Entspannt. Wie geht's euch so? Habt ihr einen guten Tag gehabt? Hast du mir das gegeben? Was ein wunderbares Geschenk. Du scheiß Dirtblock. Junge Palimski. Ja, komm grad mit runter. Ich hab einen Schalker dabei. Kann ich hier oben ja nicht placen. Achso. Boot geht auch. Ja, kannst hier wenigstens Schwert und Picke rausholen. Okay. Der Rest habe ich heute schon alles verschenkt. Die war mal voll mit Rüstung. Okay, ja. Alles gut, danke. Jo. Oh, die Elytra, die macht einem das Leben so leicht. Oh, wie schön das ist. Ja. Pikachu ist Pikachu. Ich muss ihn befangen. Pikachu ist Pikachu. Ich muss ihn befangen. Ja. Okay, Pikachu. Also. Hier habe ich erstmal das hier für dich. Oha. Das hier für dich. Ja, wow, gut, dass du das alles aufsammelst. Ja, 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 ja. Oha, danke. Mach mal Kratzlechle. Das für dich. Oha, danke. Warte mal. Habe ich mein Schwert in der Hand? Ja. Er wohnte unter mir tatsächlich. Ja. 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 Komm. Du hast es gut gemacht und dann rumzuhören. Ja. Gerne. Ähm. Ey, wenn du willst, kann ich mir schnell für dich noch eine Elytra holen. Oha, okay. Hörst du mir auch gesagt, wo der End ist und so. Nee, nee, das mache ich noch nicht. Du musst so weit travelen für eine Elytra. Also, du willst gerne mir eine Elytra holen, oder wie? Ja, ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, sechs Raketen. Sollte reichen. Oha, okay. Also, wenn... Wo hast du jetzt auf einmal so viele Raketen? Also, wenn du es machen möchtest, gerne. Ich mache es. Ja. Ich hab dir die eben noch verkauft, Alter. Ja. Oh, Junge. So. Junge, wie habe ich das verdient, dass ich so viel bekomme, ey? Sei doch froh. Ja, ja, ich bin auch dankbar, natürlich, aber... Wenn ich nicht hier wäre, hättest du gar nicht... Du bist... 20 Uhr 18, ne? Ey, ey, bei mir ist es... 5 Uhr 19. Ey, ey, meine Schuhe kaputt. Ich bin schon kaputt. Nein! Das ist mit Raketen drin! Das ist... Neeen! David, das schenke ich dir, David. Das kann ich dir schenken. Nein! Oh, danke, tschüss. Man ist Marante. Der Raketen. Irgendwas muss ich holen, ich hab nur vergessen was. Ich hab heute klattert alles. Ich auch. Ey! Krieg ich auch ne Elytra? Oh mein Gott. Okay, hol ich dir auch. Oh mein Gott, solche Kreuz hab ich irgendwie vermisst, Alter. Ich weiß.